um hallo und herzlich willkommen zu einem let's play together und zwar zocken wir heute Call of Duty Modern Warfare 3 und zwar und zwar zocken hier capture the flag ja Prozent für die die es nicht wissen um das sind es ist hier eine Flagge zu Prozent sie zurück zu bringen so jetzt aber ich spiele natürlich schon lange nicht mehr gespielt da übel die Art der Rechte ziemlich ergonomisch da die Scheiße auch damit gleich mal ja ja ich liebe meine Schwester hohoho vorstellen ok eigentlich wollte ich jetzt hier mit let's play together ähm etwas ankündigen und zwar ähm ich hab neulich mal in meinem Kanal rum geguckt und ach siehe da 30 Abonnenten ich hab übrigens jetzt gerade die Flagge aufgenommen naja du blöde Schlampe jedenfalls 30 Abonnenten das finde ich endlich ist geil also wirklich das ist spitze und da wollte ich euch auch noch mal für danken so ich muss die Flagge rücken Felix pass mal auf mich auf wow was auf mich auf scheiße ich bin fast tot wo ist denn der Flaggenstellplatz hier hier vorn du Oma nein verdammt ich hab's fast geschafft naja jedenfalls ähm wollte ich sagen ähm zum Thema Abo Special ich bin dabei eins zu machen ich hab ich hab auch noch schon eine gute Idee aber ich hab das auch schon gemacht aber dann gingen wir mal wieder die Dateien flöten und sind alle kaputt gegangen ich weiß nicht wieso also da weiß ich nicht weiter und jetzt muss ich schauen wie ich das weg ich hab die Flagge verdammte scheiße 13 Sekunden auch nur Röder eigentlich ich sei für dich ja es ist nicht mal du Oma ist schnell 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 war die Forderung wollen aber ein wir haben halt voll die Worte die Lüste naja Prozent der Berger und schon gab die Folge von ernsthaft Jahr aber kein Quack mit Käse haben gar nicht gewonnen Ich laufe dich gleich. Wagt noch Gersi hier. Ja, da muss man vor allem bei diesem Modus auf Camper schon achtgeben. Meistens gehen die Gegner in Zweiergruppen rum. Wir natürlich nicht, weil wir Dovis sind. Ich mach eh alles allein. Wir lassen einfach rum und langweilen uns. Panisch mal Vorräte einholen. Okay, ich spiel mit Vorräten, das ist ziemlich nüdig. Aber, ja, ich muss einfach mal schauen, wie es in dem Spiel jetzt wieder geht. Weil, ich hab das jetzt zwei Monate kundlich gespielt. Ja, ich hab eine Frage für uns. Mensch, toll, das ist sehr schön. Ich hatte gerade die Flage, weil ich laufe hier mit der Speed durch die Map und mach hier alle voll wäre. Das glaube ich dir. Flitze kackeiert. Ja, oh, jetzt kommt ja auch noch seiner vorbei und denkt sich, mein Gott, ist das schön hier. Eieieiei, also manchmal leckt irgendwie, das. Bübel, ne? Ja, brutal, was ist da los? Wie der mit mir leckt? Mit dem Haus auf dem Server ist wieder... Juhu! Genau, was schon? Ich messer ihn und er stirbt nicht. Nee, er doch nicht. Klar, laber. Naja, ja, das gehört. Simon, noch. Fuck, ey! So zählen, nimmst du denn nicht? Ich lege es auch noch vorbei. Was ist das für ein Bullshit? Mein laufendomst, Mund. Oh, jetzt laber, ey. Okay, okay. Jetzt wenn alle nutzten, nutz die auch. vor was habe ich jetzt gehabt habe ich jetzt gerade ich habe aus damit es auch zu zweit rum ich bin hier kommt kommen hier über mit vier hier hat er auf die Stoff zu mir die GmbH ist besser und wo er Prozent der aufzunehmen und dadurch dadurch zweitens auf ja so ein trenner naja jedenfalls wollte ich euch noch mal wirklich recht herzlich danken und das das display ihr habt gemerkt die letzten tage mache ich öfters was mit also letztlich zu gärter öfters also habe ich aufgenommen jedenfalls ich weiß nicht ob ich alles so hochladen jetzt schon mit verschiedenen abonnenten also das heißt ich mache öfter mal Prozent mit abonnenten eine Lüge der Lüge komm mal mit lauf schnell da ist noch mal oben drauf ach das war der scheiß naja und ich mache öfters mal letztlich abonnenten wenn meine abonnenten mal meine sehr zu reuen abonnenten wenn die mal eventuellen display mit mir machen wollen dann sollen sie sich doch melden ist also mal schauen was geht was sich machen nennst 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 ja hat er hat ja hat er immer wieder wieder unsere flagge oder was jörg ich hatte gerade die gegner flagge schön hier mit ihr seht mich manchmal echt nur gespielen ich habe auch eine negativste ähm das ist echt scheiße und ich bin schon wieder so schlecht so eine Oma ey jetzt war ich kurz nach ihm da und wollte die Flagge nehmen und da ich habe uns ein neues gebrach er ich habe uns nicht Boca losloch nach Wort noch was sollte das auf das auf Felix passt auf dich auf ich hatte zu und hinlegen hoch er hat bei dessen Taksikanstieg da ist ein Gegner mit der Flagge sie wollen aus nein verdammt er war zu schnell ich habe jedenfalls die scheiß Sniper da auch hinter der über Speed nr ich stelle jetzt mal hier die Klasse so jetzt schauen wir mal was mit der ACR noch so geht Simon Lars da hinten sitzt einer hier ich habe den Flaggeläufer von den Gegnern getötet o das ist auch geiles Teil her mein Gott ich habe die Form der Armand von nennen das ist ja super Heideus Flanzen aus ja auch wirklich hier vertreten ist da ja ich bin nicht so gut aber wenigstens habe ich eine Positivität ausgeholt ja sieben auf einen Streich na gut also wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal